Und so, ich konnte nicht dort stehen bleiben, wo ich war. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen in den zwei letzten Predigten, die ich angefangen habe. Wir haben gesagt, wir möchten Verantwortung für andere tragen, damit wir gesegnet werden. Und natürlich, weil wir die Menschen lieben, deswegen wollen wir für sie Verantwortung tragen. Wir haben verstanden, wir müssen erstmal selbst für sich Verantwortung tragen, für uns selbst. Nur dann können wir auch für andere Verantwortung tragen. Und wir haben schon so ein bisschen darüber nachgedacht, was müssen wir tun, um für uns Verantwortung zu tragen. Und ich möchte diesen Aspekt oder noch einen Aspekt da hinzutun, oder dass wir uns den heute nochmal anschauen. Und wir fangen mit einem Beispiel an. Der Gottesdienst ist vorbei. Du kommst nach Hause. Hast dich umgezogen, setzt dich an den Tisch. Und willst essen. Die erste Gabel bewegt sich schon zum Mund. Auf einmal hörst du, es klopft an der Tür. Du denkst, eigentlich erwarte ich gar keinen Besuch. Wer ist da bloß? Läufst du zur Tür hin, machst die Tür auf. Und dann siehst du einen Hund. Und deinen Nachbarn. Und deinen Nachbarn. Und er sagt, ich muss dringend weg. Aber ich komme übermorgen wieder. Hier, nimm den Hund, pass auf ihn auf. Du denkst dir, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber du willst ihm was Gutes hin und sagst, irgendwie kriege ich das schon hin. Also der Hund läuft zu dir nach Hause. Und dein Nachbarn läuft weg. Du machst die Tür zu, setzt dich gerade hin. Es klopft wieder an der Tür. Du denkst dir, wahrscheinlich hat er vergessen, mir was zu sagen. Auf einmal ist es deine Nachbarin. Mit so einem Kasten. Und darin ist ein Chameleon. Sie sagt, ich fahre jetzt weg. Mein Zug fährt gleich. Hier, nimm, pass auf. Morgen bin ich wieder da. Du denkst dir, was passiert heute. Also trägst du das Teil da rein und stellst es auf den Tisch. Und dann sitzt du da. Und du denkst, ich habe keinen Hund und keinen Chameleon. Was soll ich mit diesen Tieren machen? Ich muss denen was zu essen kaufen. Wenn ich Hundefutter kaufe, glaube ich nicht, dass es für beide passt. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Wenn ich rausgehe, weil der Hund raus will. Dann nehme ich ihn an die Leine. Ich glaube nicht, dass der Chameleon will, dass ich ihn an die Leine nehme und rausziehe. Weil sie komplett unterschiedlich sind. Aber ich muss für beide sorgen. Dafür muss ich aber verstehen, wer wie ist. Und so müssen wir verstehen, wenn wir für unser Leben sorgen möchten, müssen wir verstehen, wer wir sind. Du kannst mich fragen, was brauche ich für mein Leben. Was soll ich tun? Und ich gebe dir einen Rat. Aber ich werde ein Hund und du bist ein Chameleon. Und mein Rat wird dir leider nicht helfen können. Meine Frau sagt das immer wieder. Ich sage ihr etwas, wie man etwas tun sollte oder wie man denken sollte. Sie sagt, ja, du denkst so, aber ich denke anders. Ich denke immer, denkst du wie ich? Und das wird richtig sein. Jeder denkt, dass er richtig denkt. Aber wir müssen verstehen, dass wir unterschiedlich sind. Und deswegen das, worüber wir heute nachdenken, worüber wir reden werden. Wenn wir für uns sorgen, müssen wir uns die Frage stellen, wer bin ich? Ich denke, diese Frage stellt sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens. Wer bin ich überhaupt? Und manche Menschen identifizieren sich durch ihren Beruf. Das ist Thomas, der Kfz-Mechaniker. Der Kfz-Mechaniker, der Kfz-Mechaniker. Oder manchmal werden wir durch das Denken unserer Eltern geprägt oder was sie in unser Leben hineingesprochen haben. Beziehungsweise, was sie in unser Leben hineingesprochen haben. Ach, das ist Thomas, der Faule. Manchmal werden wir geleitet von unseren Wünschen und Träumen. Ich bin Thomas und ich werde irgendwann Astronaut sein. Viele weitere Dinge kann ich noch aufzählen. Beispiele, wo wir denken, das sind wir. Es ist so wichtig, diese Frage zu klären. Wer bin ich? Поэтому es ist sehr wichtig, zu antworten, wer bin ich? Wir müssen diese Frage beantworten, weil Gott sie beantwortet hat. Wir müssen diese Frage beantworten, weil Gott sie beantwortet hat. Im Neuen Testament sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er weiß, wer er ist. Er weiß, was für eine Funktion er trägt. Jesus war nicht einmal das, dann der, dann hier und dann da. Es war klar, er sagt, ich weiß, ich bin das Leben und ich bin gekommen, um es euch zu geben. Und alles, was er gesagt hat, so war es auch. Deswegen die Frage an dich und an mich, wer bin ich? Was muss ich in meinem Leben zeigen? Und wir wissen, dass in der Bibel sehr oft die Namen eine Bedeutung gespielt haben. Wir kennen Simon, der dann aber Petrus genannt wurde, weil es im Griechischen auch viel mit Petra, mit Fels, mit Stein zu tun hat. Jesus sagt, du wirst der Stein sein, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. In seinem Namen war seine Funktion. Namen sind wichtig. Selbst heutzutage, wenn Frauen sich entscheiden, Nonnen zu werden, was passiert, sie erhalten, wenn sie ihren Dienst anfangen, einen anderen Namen. Warum? Das alte Leben ist vorbei. Warum? Weil von diesem Moment die alte Leben ist vorbei. Ich will nicht, dass du mich beim alten Namen nennst und mich an meine Vergangenheit erinnerst. Ich will nicht, dass du mich beim alten Namen nennst und mich an meine Vergangenheit erinnerst. Sondern ich habe einen neuen Namen, eine neue Identifikation in Gott. Wie heißt es in Offenbarung? Ich werde euch einen neuen Namen geben. Es beginnt etwas Neues. Es beginnt eine Veränderung. Es beginnt eine Veränderung. Ein neuer Lebensabschnitt oder eigentlich die Ewigkeit beginnt. und so dürfen wir verstehen, dass wir nicht definiert werden durch unseren Beruf, durch unser Aussehen, durch das, was andere gesagt haben, sondern wir dürfen wissen, Gott hat ein neues Ich, ein neues Leben für uns. Und die Sache ist immer, dass Gottes Wunsch oder Gottes Vision immer hier oben ist. Gott sieht dich hier oben und du bist hier unten. Und Gott spricht von Dingen, die du dir nicht vorstellen kannst. So wie wir gerade gesagt haben, wie ich sitze auf einem Thron, wie kann das sein? Das kann doch nicht von Gott sein. Aber Gott sieht immer viel Größteres für dich und für mich. Und oftmals sind diese Dinge nicht für unseren Verstand begreifbar. Und deswegen sagt Gott, zuerst musst du einfach nur vertrauen, also glauben. Und im Nachhinein wirst du es verstehen. Noah, wie wir gesagt haben, bau eine Arche. Noah saß da, dachte sich Gott, ja, das ist sinnvoll. oder das ergibt Sinn. Mathematisch ist es auch irgendwie möglich. Die Tiere kriege ich da schon irgendwie rein. Ich überlebe, die anderen sterben, auch nicht schlecht. Nein, er hat einfach angefangen. Gott, wenn du es sagst, auch wenn ich es vielleicht für gar nicht sinnvoll halte, wenn ich doch nie eine Überschwemmung gesehen habe, aber ich werde es tun. Und so hat Gott eine Vision, die irgendwo weit weg oder so groß ist, dass wir es nicht verstehen können. aber er sagt, glaube und vertraue mir. Und glaube an dieses Bild, was ich für dein Leben habe. so wie ich dich sehe, denn es ist wichtig, dass wir ein Ziel für unser Leben haben. Wir dürfen wissen, wohin wir gehen. Das hat mich irgendwie an mein Schulleben erinnert. Es ist ja, als ich in der Realschule war, wollte ich Abitur machen. Und ich wusste, ich brauche gute Noten, um da die Qualifikation zu bekommen und so weiter. Ich wusste, ich brauche zum Beispiel den und den Notendurchschnitt. Mein Abschlusszeugnis war wunderschön. Mein Attestat war ein gutes Abitur. Ich hatte das Ziel, Abitur zu machen. Ich habe es geschafft. Ich hatte alles, was ich brauchte und fing mit dem Abitur an. Aber in dieser Abiturzeit habe ich mich gefragt, wer will ich werden? Was für einen Beruf will ich ausüben? Und ich hatte nicht eindeutig ein Ziel in dieser Zeit. Ich hatte verschiedene Gedanken, aber es war alles so schwammig. Und deshalb sind meine Noten gesunken. Leute, die aber wussten, ich brauche den und den Notendurchschnitt, weil ich, keine Ahnung, Arzt werden will, die haben sich angestrengt. Was ich damit sagen will, es ist wichtig, dass wir ein Ziel in unserem Leben haben. Wie kann ich einfach sagen, Gott wird mich schon führen. Und dann laufe ich wie das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. Halleluja! Nein, Gott möchte, dass wir das ausschöpfen, was in uns liegt. Nein, Gott möchte, dass wir das was in uns verwendet haben. Deswegen diese Frage, ich hoffe, dass sie dich begleiten wird. Ich bin. Wer bin ich? Wie füllst du diese Punkte? Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann es jetzt noch nicht beantworten. Ich weiß, in welche Richtung es geht, aber ich möchte, dass Gott mir persönlich so richtig offenbart, was genau das Bild ist, wie er mich sieht. Ich meine es spezifisch oder klar, deutlich. Ich meine es spezifisch oder klar, Nicht einfach nur, ich bin Kind Gottes. Ich bin einverstanden, das ist richtig. Die Bibel sagt noch viel mehr, wir sind Salz und Licht. Wir sind Erben Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels. Das sind wir alle. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Aber ein Leib besteht aus verschiedenen Teilen. Aber ein Leib besteht aus verschiedenen Teilen. Wer bist du und wer bin ich? Was ist deine Funktion? Was ist meine Funktion? Was ist meine Funktion? Und die sind unterschiedlich. Und die sind unterschiedlich. Denn nur wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich, was ich zu tun habe. Es ist gut zu wissen, wenn man weiß, was man zu tun hat. Und es ist gut zu wissen, was man nicht zu tun hat. Und es ist auch sehr wichtig, was man nicht zu tun hat. Denn die Sache ist, wenn Menschen das tun, was sie nicht tun sollten, kommt nichts Gutes dabei raus. Denn wenn du das tun, was nicht zu tun solltet, dann wird es natürlich nichts Gutes gemacht. Und so habe ich mir die Frage gestellt, wie erfahre ich das? Wie komme ich an diese Information, wofür Gott mich bestimmt hat? Und ich möchte euch vielleicht ein paar Ratschläge, Tipps, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, weitergeben. Ich habe ein interessantes Zitat oder eine Aussage von einem Theologen gelesen. Und er sagt, ich übertrage es einfach mit meinen Worten. Er sagt, wo ist der Schwerpunkt deines Dienstes? Wo hast du bei einer Tätigkeit Spaß? Aber nicht nur für dich Spaß. Sondern wo hilfst du? Du hast Spaß bei der Tätigkeit, aber du hilfst anderen in ihrer Not. Ich habe Freude an dem, was ich mache und andere werden dadurch gesegnet. Ich stehe hier und ich liebe es zu predigen. Und ich weiß, dass ihr dadurch gesegnet werdet. Ich werde gesegnet, weil ich es tue, was ich mag. Und du kannst etwas mitnehmen. Ich habe einfach nur mich als Beispiel genommen. Es gibt noch, keine Ahnung, du kannst singen. Oder Lieder schreiben. Ich weiß nicht, ich merke einfach, dass es in der christlichen Welt so wenig Leute gibt, die Lieder schreiben. Nein, nein, bei den Christen gibt es keinen. Ah, auf der christlichen Welt gibt es keinen. Aber ich denke mir, du hast ein Lied geschrieben, was gut ist und hunderte von Kirchen werden es singen. Du bist gesegnet, weil du schreibst und das genießt und vielleicht noch Jahrzehnte lang werden andere dadurch gesegnet werden. wo ist deine Begabung? Woran hast du Spaß? Oder was kannst du vielleicht besser als andere? Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich zwei Sprachen kann. Dadurch kann ich übersetzen und jeder hört das Wort in seiner eigenen Muttersprache. Das ist, du nutzt einfach das, was Gott an dich hineingelegt hat. Du planst gerne. Und du planst einfach den nächsten Gemeindeausflug, wenn Corona vorbei ist. Und ich kann aufzählen und aufzählen und aufzählen. Aber ich möchte, dass du an dich hineinschaust. Denn wir lesen in dem Wort Gottes, dass Gott uns Gaben geschenkt hat. Und ich möchte gerne aus 1. Korinther lesen. Einfach nur, um das nochmal zu erfrischen. Kapitel 12, Verse 8 bis 10. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch den selben Geist. Der Geist ermächtigt, in einen Wunder zu wirken. Einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten, fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Einem dritten ist Olive, den Serien, den Serien, das Serien, den 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 Serien. was ist, Gott hat eine Gabe in dich hineingelegt, eine geistliche Gabe. Ich erinnere dich vielleicht an den Anfang deines christlichen Lebens. Was hat Gott in dich hineingelegt? Welche Gaben hat er dir geschenkt? Denn das ist schon mal ein Zeichen, in welche Richtung es geht. Einige Menschen, als sie zum Glauben kamen, haben sie Gaben entdeckt, die sie vorher nicht hatten. Nicht nur diese geistlichen Gaben, also das Charisma, über was wir gesprochen haben, sondern auch die musikalischen Gaben, sondern musikalische Talente, oder noch andere Dinge, welche Talente stecken in dir, abgesehen vom Geistlichen, vielleicht handwerklich, naturwissenschaftlich, oder Mathematik, Chemie, was weiß ich, was in solchen Technologien, Biologie. Und das dritte ist, was hast du dir im Laufe deines Lebens angelernt oder erlernt? Was waren das vielleicht für Kurse? Oder einfach nur, heutzutage kannst du über YouTube so viel lernen, alles mögliche, was du willst. Wo zieht es dich hin? Mach dir vielleicht darüber Gedanken. Ein weiterer Tipp ist, wer sind deine Vorbilder? Oder hast du überhaupt Vorbilder? Wer ist deinem Lehrer, und auf jemanden, du würdest, wie du dir denkst, das, was er macht, so möchte ich es auch gerne tun. So wie er predigt, so will ich eigentlich auch gerne predigen. Ich rede nicht über das Kopieren, sondern du merkst einfach, dass da der Geist Gottes ist, und du es auch so tun möchtest. Und was muss ich tun, um dorthin zu kommen, wo er ist? Du merkst, dass dein Inneres angezogen wird von dieser Person. Gott pritягивает zu diesem Menschen. Warum? Weil das, was in dir und das, was an ihm liegt, übereinstimmt. Das происходит, weil das, was in dir und das, was an dir liegt, sie pritягивает. Das ist das Gleiche. Das Gabenprofil, das, was Gott hineingelegt hat, die Gaben sind ähnlich. Also die Däume, die Gott in die Däume verlegt hat, sind ähnlich. Es gibt andere, die womöglich etwas auch sehr gut predigen, aber du merkst, es ist nicht das, wo Gott mich hinführt. Gott führt mich eher in diese Sphäre. Wer sind deine Vorbilder? Wir kommen zum nächsten Punkt. Und da ist einfach frag dein Umfeld. Frag dein Umfeld. Wir haben blinde Flecken. Manchmal machen wir Fehler und wir sehen es nicht, aber alle sehen es. Und manchmal haben wir Gaben. Alle sehen es, du siehst es nicht. und du siehst es nicht. Und deshalb ist es manchmal einfach, keine Ahnung, den Ehepartner oder Freunde zu fragen, Mensch, was denkst du, was kann ich gut? Vielleicht die Eltern, was konnte ich besonders gut auch als Kind? Vielleicht die Eltern, die du fragst, was ich gut mache, wenn ich Kind war. Ich denke, das ist eine spannende Frage. Ich denke, das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Der nächste Tipp, den habe ich so mehr oder weniger aus meinem Leben. Als ich zum Glauben kam, hatten wir in der ersten Zeit als Gemeinde schon jemanden, der uns unterstützt hat in unserem Glaubensleben. Doch dann kam es so, dass wir irgendwie niemanden hatten. Und ich habe mit Hilfe von Predigten versucht, geistliches Essen für mich zu finden. Und ich dachte mir, ich bräuchte doch eigentlich einen Menschen, der mir helfen würde. Der mir zeigen würde, in welche Richtung es geht. Und ich denke mir, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind, könnte ich meinem alten Ich helfen. Ich hätte vielleicht, wenn ich die Tipps, die ich heute hätte, früher womöglich weniger Fehler gemacht. Aber ich bin diesen Weg gegangen. Und es ist komplett okay so. Es ist okay so. Aber du kannst anderen Menschen helfen. Deswegen sei du der, den du nicht hattest. Mit dem Wissen kannst du andere segnen. vielleicht mit dem, irgendwann hast du Predigten gehört, aber du merkst, ich hätte vielleicht noch andere Predigten gebraucht und du predigst diese Predigten. Vielleicht wirst du daran merken, da ist meine Berufung, da ist meine Begabung. Und durch das du kannst du fühlst, dass es dein Begabung ist, deine Berufung ist. Daran merke ich, dass ich es liebe, Menschen zu helfen. Dann du понимest, dass es dir gibt, Menschen helfen gibt, weil ich damals Hilfe gebraucht habe. Weil ich damals Hilfe gebraucht habe. Ich weiß, dass ich euch einfach nur Tipps gebe. Ich weiß, dass ich euch einfach nur Tipps gebe. Einfach nur vielleicht, in welche Richtung man gehen könnte. Aber selbstverständlich das ultimative Ergebnis oder das beste Ergebnis, zu verstehen, wer du bist, das erhältst du natürlich von Gott. Denn die Sache ist, wenn Menschen einen anderen Namen bekommen haben, oder wenn wir in der Bibel lesen, dass sie einen anderen Namen bekommen haben, dann war es niemals der Mensch, der es wollte oder der es provoziert hat. Abraham meinte nicht, mein Name ist irgendwie langweilig, komm, wir machen Abraham daraus. Jakob hört sich irgendwie nicht so gut an, komm, wir machen Israel draus. Es war immer Gott, der hineingesprochen hat. Und es war immer Gott, der gesagt hat, es beginnt ein anderer Lebensabschnitt in deinem Leben. wo Gott eine neue Aufgabe gegeben hat. Und das Interessante ist, es geschah nie, dass irgendwie Jakob geboren wurde und Gott dachte sich, Jakob ist kein guter Name, wir geben ihm sofort den Namen Israel. Nein, es war im Laufe des Lebens. Ich glaube, Jakob hatte schon ein relativ gutes Alter. Ich denke, dass, wen haben wir noch? Dass Abraham oder Abraham auch nicht der Jüngste war. Das wissen wir. он тоже был уже не совсем молодым. Saulus ist auch nicht als Kind vom Pferd gefallen. Saulus. Saulus, wie Pavel был уже тоже взрослым мужчиной. Es passierte im Laufe des Lebens. это все происходит в течение нашей жизни. Und deswegen denken nicht, oh, ich habe schon so und so ein Alter, ist es vielleicht zu spät. Nein. Поэтому многие думают, уже я в таком возрасте, это уже так поздно. Es ist wichtig zu verstehen, Gott, in was für einem Zeitabschnitt bin ich jetzt? Это важно очень понимать, в каком промежутке времени я сейчас нахожусь. Gott, willst du vielleicht nochmal neu meinen Namen verändern? Может быть, Бог, ты хочешь изменить мое имя? Mir zeigen, was wirklich meine Berufung ist, показать мне, что является конкретно моим избранным, wo meine Gaben sind, где мои Дары находятся. Und ich möchte sie entwickeln. И я хочу их развивать. Ich möchte andere dadurch segnen. богословить anderen. Ich möchte einfach mein Leben so leben, wie du es dir vorgestellt hast. Und deswegen mein Wunsch ist einfach nur für dich und für mich. Dass diese Folie Ich bin, dass du es nach und nach immer mehr füllen kannst. Dass Gott dir mehr und mehr zeigt, wer du bist. Denn dadurch kannst du tun, was er möchte. Und deswegen möchte ich, dass wir jetzt im Gebet noch mal dafür beten. Und dieses Gebet wird keinen Abschluss haben, sage ich mal. Sondern nimm das Gebet mit Hause. Nimm es nächste Woche mit. Und stell immer wieder die Frage, Gott, ich weiß, wer du bist. Gott, du hast gesagt, du bist das Leben. Du hast deine Funktion erfüllt. Aber Gott, wie sie siehst du mich, wer bin ich. Ich will auch das erfüllen, was du in mein Leben hineingelegt hast. Halleluja, Jesus, wir danken dir, dass du so gut zu uns bist und dass du uns liebst, dass du uns nicht einfach so geschaffen hast, dass wir nicht wie Blinde durch unser Leben laufen, sondern du möchtest unsere Augen öffnen, damit wir sehen, in welche Richtung es geht, damit wir sehen, welcher Teil vom Leib wir sind, welche Funktion wir tragen, nennen, wodurch wir andere segnen können und dürfen, Gott, ich bitte dich, dass unser eingeschränktes Denken einfach zersprengt wird, Herr, dort, wo wir einfach an das glauben, was andere gesagt haben, wo wir das einfach geglaubt haben, wo wir einfach falsche Dinge über unser Leben geglaubt haben, das wollen wir nicht, denn, Herr, du hast immer etwas Größeres für uns, etwas, woran es schon fast schwierig ist, überhaupt zu glauben, Herr, aber wir bitten dich, offenbare du es in uns, denn das, was du immer vorbereitest, das segnet andere, es hat einen Einfluss auf andere Menschen, das, was du für uns hast, das verändert unser Umfeld, und so bitte ich dich, dass dieses Gebet unser Herz bewegt, Jesus, wir wollen es mitnehmen, und immer wieder zwischendurch daran denken und dafür beten, Herr, Jesus, wir danken dir, und wir geben dir alle Ehre, Amen.